Nein, komm mal, schnell! Wenn sich das nicht lohnt, Selfie, dann wirst du mal wieder gekickt hier vom Server. Okay, Sandy, ich bin da, wenn es jetzt nichts Wichtiges ist. Komm jetzt. Ja, ich bin da. Wo? Hier. Bleib einfach mal genau da stehen. Du kleiner H***-Sohn. Olaf! Olaf! Meister, ganz schnell raus hier! Sandra! Ja? Oh mein Gott, komm her! Ganz wichtig! Sandra, komm her! Wo bist du? Hier! Stell dich hier hin! Ja, ich hab ne Schutzmonitation an. Was baust du denn eigentlich gerade? Äh, ne Currywurstbude. Hey, das ist so dumm, ey. Hey, Laser. What do you want? Oh, is this a English Currywurstbude? Okay, Sandra, wir tun jetzt mal so, als wäre ich irgendwie ein Passant und würde hier dran vorbeilaufen, okay? Okay. Oh, ich hab eben so Hunger auf ein Bratwurst. Oh! Selfie Sandras Bratwurstladen! Wir starten hier einen Besuch ab. Ja? Ja? Hallo! Hey, Lena! Kennen wir uns? Ähm, no? Yes! Hey, I'd like to have one of the Bratwurst, please. I think you are too fat. That's why you become a watermelon. Watermelon? This is not a Selbstverteidigungskurs. Aus Friedensbruch. Go away. Ich mache jetzt noch Sitzmöglichkeiten. Pass mal auf, Leser. Sitzmöglichkeiten? Digga, das ist doch die Reinterrasse. Ey Digga, kann man sich Stühle craften? Ja, wir haben ja noch ein paar Treppen. Soll ich dir mal was bauen? Ja. Darauf habe ich gerade Bock. Dann helfe ich dir da ein bisschen. Also Sandy, was ich mir gedacht habe war, dass wir hier so ein bisschen so eine Bar machen hier an der Seite. Weißt du, dass man schön sitzen kann? Nur wenige Minuten später. Ah, das sieht ja mega aus. Was meinst du? Wie hast du denn so schnell die Tische hinbekommen? Siehste mal. Und weißt du, was ich mir auch noch überlegt habe? Aha. Schau mal. Guck mal, dann kann man hier so sitzen, essen und aufs Wasser schauen. Nice. Luca, hast du mir da hingeschrieben, die Wurstbude ist leider von Bakterien überfallen? Spinnst du? Das war ich nicht. Wenn man in Minecraft Restaurants aufmacht, das ist genauso auch im McDonalds Biom der Fall. Kann es halt sein, dass es von Bakterien befallen wird. Mal schreib die da jetzt hin. Guck mal, der Villager unten links schaut auch zu. Der ist auch gespannt. Der weiß auch gar nicht, was abgeht. Der hängt sich auch so. Wie viel? Was geht denn da ab? Guck mal, jetzt schaut er mal ganz genau da hin. Ja, da geht es gerade richtig ab hier. Wie kann man denn brauchen für einen Satz, Sandy? Laser Luca hat einen kleinen Pipi... Hahaha. Lüge. Dann denk ich mir halt so, wenn du spendest und dann zurückziehst, dann spende halt erst gar nicht so. Weißt du? Und dann halt mit Anwälten und so'n Scheiß, wo ich mir so dachte... Jaja, mach mal ganz kurz Real Talk, ich suche mir mal ganz kurz Heats. Bis gleich. Oh mein Gott, wir können schnell einen Prank machen. Was können wir machen, während Sandra nicht da ist? Einbauen? Sollen wir die einbauen? Wenn die zurückkommt, sag ich, hä, Minecraft ist irgendwie abgestürzt. Bei dir auch? So mach ich. Sandra, hörst du mich? Digga, wo bin ich denn jetzt? Sandra, ist dein Minecraft auch abgestürzt? Ja, Digga, ich war von mal auf einer anderen Erde. Ne, genau. Und morgen früh fahren wir halt nach Darmstadt, deswegen heute bisschen auf locker angelegt. Was machst du in Darmstadt? Der eine Stinkmann ist doch tot. Achja, stimmt. Dann kommt da nur Olaf rein. Was machst du in Darmstadt? Bitte? Was machst du in Darmstadt? Was machst du in Darmstadt? Bitte? Sandra? In Darmstadt? Hallo? Hallo? Sandra? Hallo? Wie kommt man jetzt denn nochmal in den Chattarino rein? Scheiße. Leute, wie komm ich nochmal, wie kann man hier jetzt nochmal den... Sandra, wenn du mich hörst, dann schreib mal bei Minecraft. Leute, wie schreibe ich? Heißt sie mit E, ne? Ah, die schreiben bei mir gerade in den Chat. Du weißt nicht, wie man schreibt. Du musst ALT gedrückt halten. Falls du mich hörst. ALT... Oder warte, ich schreib doch nochmal in den Chat. ALT gedrückt halten und dann musst du diese FN-Taste plus F4... Wird Minecraft jetzt neu geladen? War ich jetzt gehackt oder wie? Sandra, hallo? Ja? Oh, ich hör dich! Ich hör dich! Ja, ich glaub mein Computer startet sich neu. Oh. Naja, du bist auf jeden Fall aus Minecraft rausgegangen. Ich glaub, vielleicht hattest du einen Fehler. Der passiert manchmal. Scheiße, hat sich das da jetzt alles gespeichert? Nee. Nein, hast du vergessen unsere Welt zu speichern? Ah, nee. Na, hab ich gespeichert noch. Zum Glück, Alter. Sandra? Selfie zur Sandra! Ja? Ab in die Tür! Was ist? Ja? Was fehlt dort? Digga, das war aus Versehen. Dann setzt ihn vielleicht aus Versehen wieder hin. Selfie! Angetreten! Was fehlt denn da? Meine Werkbank, Madame. Hä, wo ist die? Weißt du, so einen Ofen aus Versehen abbauen mit einer Schaufel, denke ich mir ja... So blöd muss man erstmal sein, aber wenn man denkt, dass das Kino von der Stadt gesponsert ist, dann kann das ja mal passieren im Gehirn. Kann Kino pleite gehen? Nee, das geht nicht. Na klar können die pleite gehen. Warum? Ja, wer soll die... Ist das nicht von der Stadt? Wenn aber jetzt auch noch eine Werkbank fehlt, die, egal womit man es abbaut, gedroppt wird... Okay, tschüss! Du bleibst! Nope! 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 Du setzt diese verdammte Werkbank wieder dahin, bist du! Dann kannst du rausgehen! Werkbank und Ofen! Okay, ich hole die! Ich hole die! Okay, du hast eine Minute! Ich zähle! Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Acht... Neun... Zehn... Zwölf... Dreize... Wo läufst du hin? Nicht wirklich jetzt, oder? So, Leute, ich verlasse jetzt den Stream, meine Mutter schon da... Ach, die ist schon da? Ja... Ja, okay, Leute, ich würde dann tatsächlich jetzt auch den Server verlassen. Hier haben wir auf jeden Fall den Weg. Dann kommen hier die paar Tiere hin und so, dann haben wir auch was zu gucken hier drauf. Allerdings würden Sam und ich dann tatsächlich jetzt auch den kompletten Stream beenden. Sandra wird jetzt abgeholt. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende! Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende, Seltsin! Ciao, 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 ciao! Ciao, 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 ciao!